das ist cool wollen wir gleich noch meine machen und dann doppelt abgeben wir brauchen eine holztruhe 200 meter und die ist hierhin wir haben ja gesagt hier kommen jetzt hier eine reine da sind wir denn da sind wir stellen wir mal hinten an die wand ja ich will im kinder paradies abgeholt werden augenkrebs siehst du noch wo einer ist ja aber hier ist der loot alter also irgendwas stimmt hier trotzdem nicht mit dem server irgendwas stimmt da gerade überhaupt nicht was den loot angeht warum ich habe jetzt zweimal miteinander den bauplan wieder für die spritsparer mord gefunden was hast du für ein loot stage war sowieso misst dabei was wir gar nicht gebraucht haben ist stadium 309 dann bist du ja beim höchsten mit muss man das erstmal so alles reintun also 309 ist schon ein ordentliches loot stadium dann machen wir das nämlich erstmal so dann kann das schon mal passieren und ich denke dadurch dass du ja vieles schon gelernt hast kriegst du das gar nicht mehr groß als auswahl weißt du das ist zumindest mir aufgefallen ich krieg zum beispiel keine schrotflinten mehr oder sowas auf dem anderen auf dem wo ich spiele weißt du okay ja okay na warte mal da müssen wir jetzt mal gucken wir müssen uns jetzt wieder mal nackt zu machen wir brauchen richtung nord nord ost muss die da wird mir ein roter punkt angezeigt warte mal nackt nord ost das ist da in die richtung ich jetzt aber so nicht hin weil hier alles die heim schon wieder alle zombies oder nase klaut erzähl nicht es sind drei um dich rum hast du abgeschossen soll du alles klaust ich schaue immer welcher ebene der es wächterne zufällig oder eine ahnung schön die ganze zeit war aber ich weiß nicht wo die tante sein soll das ist deine meine sorgen ok 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 kann man sich auch verlaufen welche stufe quest ist das hier hier auch noch eine leichte da ist der zombie dieb jetzt ist einer südost süd ich muss nicht mit den killen der richtung west will ich mich verarschen du musst nicht mit den killen da klautern wir schon wieder vor der nase also mit dir fest ich nicht mehr ich hasse hunde ich gehe jetzt spielen warte mal steinsperre den können wir doch kaputt machen das brauchen wir doch nicht hier ist kletterbewusst boah junge ich drehe durch hier wieder heraberts an einem scheiß vieh ne wahrscheinlich hä wo ist denn meine ich weiß aber weit weg warte mal schlagschrauber schlagschrauber anstatt so eine knoche dann machen wir das lieber so das ist mein spielplatz geh weg hier rennt wieder einiges rum wo kommt die denn her das ist mein gut denn du schon wieder ach so die läuft weiter obwohl der kopf ab ist ok der bleibt auf der stelle stehen ok jetzt sagt master wir sind nicht alleine ja ja jetzt hört man doch noch was viel kette säge stufe 6 und ich bin full hier ist ein grüner zombie in den boden gebackt und der wo ja hier ist die aber ich bin full nimm die mal mit ich denke da irgendwie ist das allgemein jetzt dass wir so sechs und das ist denn da los ich meine ich hab jetzt auch gell ich hab fünf oder sechs teile gehabt in stufe 6 das ist schon ein bisschen krass ich hab zweimal kettensäge zweimal erdbohrer stufe 6 dann ne knochen stufe 6 dann 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 was hatte ich denn noch gehabt keine ahnung wo bist du denn automatisch rot finde ich stufe 6 ich hab nur Samen weggeschmissen zum teufel ist der ausgangsweise alter bekrabbel mich nicht ich will nicht mit dir tanzen du musst tanzen ob du willst oder nicht ja hier kann man sich doch bestimmt durchspuren jawohl du musst aber wieder hoch alles kaputt kloppt obwohl man es auch machen kann die tür braucht keiner mensch die zeitung lässt er auch liegen ich brauche auch noch platz für meine supplies wie komm ich hier raus ich hab gar keinen platz mehr für meine supplies da er wieder reingekommen ist boah seh ich so aus als wüsste ich wo ich hier reinkommen bin ja aaah tatsächlich hab mich durch die decke gebuddelt perfekt jetzt hätte ich das im leben in mir gefunden gut wo ist mein scheiß moped oh hab ich im inventar hey ups gut auf zum händler warte mal was haben wir denn nitrat 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 jetzt sagt er eine etage tiefer hier unten da findest du es dann mal boah junge was denn hier mit der map alter wo tun wir denn wo tun wir denn wo tun wir denn wo tun wir denn hier auf zweieinhalb meter alter jetzt bitte ich mich hier durch nach was machen wir denn hier wer ist kalt ich hab keinen platz hab ich irgend ach ja get a hammer können wir lernen klebe und klebeband gehörte zusammen finde ich dann kannst du die 50 60 kaufen aber ich würde vielleicht warte mal also ich bin komplett voll ich würde auch ich würde vielleicht das nitrat hier mit reintun und wäre auch fertig ich auch muss ich nur gucken wo mein moped ist ich kann nach käsekuchen denn dann kriegst du 5 prozent rabatt beim kauf und verkauf alles gut oh nice danke ich könnte dich knuddeln dafür kommst du aber jetzt mit ja dafür komm ich mit dafür mach ich alles was du willst du wirst es noch bereuen mhm mhm warte ich muss nur grad die mods erinnern äh von der oh gott verändern boah stufe 6 macht ihr machen mal ist mir scheiß egal aber auch stufe 6 ich wär dabei ich mach jetzt alles was der zartox will also ich wär auch dabei dann komm zu uns ja wir müssen das mal abgeben und auslernen ja gut das ist dann dann dauert das wahrscheinlich zu lang äh wie weit ist denn das 2,6 kilometer bist du weg äh als warte mal als belohnung als belohnung für die quest bekomme ich 30.000 ep und 10.000 jetons wow nice ich würde jetzt knochen ja deswegen so gut jetzt habe ich alles im dings so alles umfunktioniert jetzt kann ich äh so was in deinem inventar im auto oder noch nicht hab ich schon naja gut dann guck ich mal weil ich da äh es verriegelt sonst kann ich doch mal stacken was ich im inventar hab so oh scheiße ham ham wir unterhilfe repetiere gewehr haben wir da oder nicht äh wenn der david ja die sniper genommen hat dann ja ich hab äh das 5 ist drin ok dann haben wir ok euch ist aber klar wenn wir die stufe 6 machen dann wir die in der nacht machen ne ihr wisst was das heißt was ist eine nacht fest geht durch die fresse glaub ich oder ja wir machen sie einfach mal so bevor das schießpulver dabei weiß ich nicht das problem ist siehst du für sowas brauchen wir so eine kiste jetzt hab ich doch die finger dabei wo wir erstmal alles reinschmeißen können also ich brauch keine bin ich ehrlich hab ich auch noch nie gebraucht seitdem ich das spiel spiele hab ich noch nie so gebraucht irgendwo inzwischen zu lagern das ist alles arbeit die du aufschiebst die du früher oder später eh machen musst ja aber wenn ich aber wenn ich das jetzt ne mache brauche ich erstmal ne glaub mir das du müllst dir 10-20 kisten zu und dann hast du gar keinen Bock mehr da wegzuräumen das ist für 8 Jahre irgendwas zu finden deswegen hab ich sie extra so unten jetzt gemacht so wie es bei mir gemacht ich habe so unten auch neben den Kisten von mir da ich nenne sie mal Kisten von mir noch zwei Krimskramskisten hingefuckt falls man wirklich mal so faul ist ja nicht so faul aber ich bin ja jetzt voll geludet genau wenn du das gelesen hast was ich in der gruppe geschrieben habe so machen wir das ja auch wenn du gleich runter kommst gleich die erste wand wenn du drauf zukommst hab ich acht Kisten wo ich das so einsortiere so wie ich das so halt sag ich mal hätte so gern mehrere zusammen und hab daneben noch zwei Krimskramskisten und wir wollen halt so oder ich möchte halt so dass das dann so gemacht wird wenn man sieht zum Beispiel wir haben da unten Federn drin und die Reihe mit Federn ist ziemlich voll dass man sagt okay man nimmt diese vollen Stapel von den Federn raus und tu die in die anderen Kisten rein da wo jetzt Sadok seine Kisten hat wo er halt das Zeug herstellt mir reicht eh die Krimskramskiste die ich danach dann wieder weil hast du ja gesehen ich hab jetzt unten zwei hingemacht die in die Krimskramskiste hab ich ja auch wieder ja ich hab unten wie gesagt zwei hin wenn du dann an der Base bist kannst du ja mal gucken so wie ich das jetzt gemacht hab und so ist dann halt auch mein Plan dass man eh zwei Krimskramskisten wenn du doch mal sagst du willst jetzt mal drei vier Mission in Folge machen hast du Bock sein zu sortieren schmeißt du das rein und wenn du dann fertig bist sagst du okay du schmeißt das jetzt von den Krimskrams sortierst du das links daneben sortierst du das dann ein und wenn dann die in den linken acht Kisten sind es glaube sechs oder ne achte sind es glaube wenn da irgendwo Stapel sind die voll sind oder die Reihe dann halt voll wird dass man sagt okay man schmeißt das dann in die Kisten rein wo eins sind oft geteilt ist du kannst die Quest teilen oder? hab ich doch schon die ist automatisch geteilt warte ne der hat Tatox ausgestellt äh warte ich guck mal grad äh geteilt ich hab sie geteilt ah Stufe 6 okay warte kann ich die annehmen äh oh Gott wie nehm ich die an ach Tatox ne bei mir ist die drinnen ah doch ja weil er Tatox die nochmal extra geteilt hat aber der hat es ausgestellt dass es automatisch geteilt wird ich hab's angenommen alles klar du weißt das ist hier äh Junge ne das ist wo ich drauf gegangen bin letztens ja wo du dann gesagt hast wo du dann gesagt hast wo du dann gesagt hast Junge wir ihn dann ordentlich auf die Fresse kriegen aber mit ordentlichen Waffen Hofnarsch meine ich die Kiste hier oben ne ja ich nehm die jetzt erstmal weil ich will die ich hab unten ich hab extra unten zwei hingestellt hab ich grad eben gesagt ja ich nehm die trotzdem jetzt erstmal damit ich dann hier oh hier kann ich das jetzt nicht luken weil das jetzt schon wieder hier die ist verschlossen oh Bauplan Robotik Drohne Scheinwerfer äh so brauchen wir viel Munition werden wir viel mehr Munition brauchen wir sind jetzt grad an der Köst dran ach ihr seid schon dabei wir sind jetzt dran ja ja ist ja nicht schlimm wenn wir die schaffen ich hab ihm noch genug Sechser so ist halt nicht ok ok jetzt fängt's boah ich wollte grad sagen jetzt geht aber los hier ja wenn ich mich durchlecht fälle dann zerlege ich das Vieh grad oh oh hört sich böse an ich hab jetzt noch mehr mitnehmen boah ich tue die erstmal ich werd eigentlich gar nicht schon noch mehr Waffen mitnehmen ja gut dann kann ich ja auch die eh ne Kiste erstmal ganz normal ausleeren aber ich kann schon weil wenn ihr jetzt dabei seid geil ich weiß gar nicht hab ich meins öff meins ist nicht öffnen geschlossen aber dann kann ich das ja auch ausräumen ich hab ein Scharfschützengewehr Stufe 6 was will das jemand ja ja bitte ok Snully kriegt's oh oh Gott krieg ich dafür das diese 6er Automatik du kriegst ein 4er Scharfschützengewehr nein im 4er Scharfschützengewehr hast du auch schon mhm geil wir sind doch hier voll an Handeln ich hab doch Zartox vor ein 6er gegeben dann hat er mir das 4er gegeben oh fuck dann hat er mir dafür noch die Drohne gegeben die Drohne auf Shamara gegeben warte ich komme deswegen kriegst du jetzt das andere in der Krimskrams 1 ist es drin oh Junge der ist an Party alter oh Gott ich muss ja nachladen Scheiße Zeitung Bauplan also so was Zeitung, Bauplan dann hab ich alles noch die normalen Kisten gelassen ich bin ja da brauchst du keine extra Kisten aber ich hab immer das Gefühl wenn ich hier runterkomme dass es ruckelt ey das ist ja Wahnsinn bleib liegen Alter ist ja Party hier Aua oh Gott danke wo kommt denn so ein 4x4 Truck Fahrwerk hin? bei Fahrzeuge oder hier bei mir ich hab ja auch Fahrzeuge Mats das kannst du ja dann machen wie du möchtest aber diese 4x4 Trucks die sind doch eigentlich scheiße oder? ich will nix anderes das stimmt der David geht 3x3 der David geht 2x2 mal nach Hause fahren während ich einmal fahre ja gut aber aber ich find ich find ich mag den nicht so ich schmeiß dieses dieses Schaufschützengewehr Stufe 4 und die Krimskrams 1 gestreuen Krimskrams 1? Achso, ich muss das machen. Wie geil! Erbohrer Stufe 6. Was ist Stufe 6? Erbohrer. Wow, ich habe ja auch schon zwei mitgebracht. Oh, gut, den einen habe ich noch. Irgendwas haut da dort ziemlich hin. Guck mal, Tamara hat jetzt auch schon... Ich verstehe es auch nicht, wir kriegen hier gerade nur noch Stufe 6. Okay, gut, ich habe Steinsperrstufe 3 gefunden. Ich glaube, das reißt es dann wieder raus. Wie gesagt, ich habe hier ein 4x4-Truck-Fahrerwerk gefunden. Gefunden? Ja, gefunden. Achso, ich dachte, du hast einen aus der Werkbank, weil ich vorhin das hergestellt habe. Nein, das habe ich gefunden. Ich komme hier nicht durch. Das habe ich gefunden. Hallo, ich komme hier nicht durch. Danke. Dann hier die... Junge. Alter, das ist geil. Tamara, weißt du, was das für eine Pistole war? Ich habe vielleicht keine Muni mehr, ey. Das wäre mein Problem. Eine Punkt-44-Dessert-Vellut. Das ist die höchste Handfeuerpistole, die du kriegen kannst. Äh, warte mal, eine 6er. Achso, eine Behaltse, ich brauche sie nicht. Eine 6er. Eine Behaltse. Wow, Tamara hat auch so eine 6er-Dessert-Dings da gefunden. Ja, Dessert-Vellut. Der hat dir einen Zombie gefallen lassen. Das war in so einer gelben Tasche. Ah, okay. Das kann sein, weil... Nee, keine Ahnung. Ich schaffte zwar bei einer normalen Kiste. Komm noch ein Stück zurück. Ach, hier, Tamara, geh mal hier rechts in die Bergbänke, wo ich stehe. Da ist was für das drin in den linken und in den... Ich bin mal ganz ruhig. Jetzt muss meine Mod endlich fertig. Darf ich wieder fliegen lassen? Ja, und links daneben ist auch noch, glaube ich, was für das drin. Ähm, ich glaube, du blutest. Ja, und bin infiziert. Aber egal, Blutung ist vorbei. Oh, danke. Was sind die anderen auch noch? Ich könnte dich knutschen heute. Nö, Fahrzeug... Bin auf alles vorbereitet. Nö, dieses Fahrzeug-Dings da. Und, 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 und. Und damit für deine Waffe. Fahrzeug-Dings da ist auch für mich? Okay. Denke ich mal noch. Ja, das hat doch so sehr gestellt. Okay. So, Scheiße, dann freue ich nicht. Oh, eingepackt. Ich überleg' gerade, brauche ich das denn? Da hinten kommen gleich noch andere. Okay. Ich hab' alles nur gelat. Oh, aber, wat? Junge, meine Fresse, du scheiß... Dummer Geier. Jetzt muss ich wirklich überlegen, brauche ich das alles? Warte mal, ich muss mal mein Maschinengewehr reparieren. Okay, warte mal. Wenn wir dreimal davon haben, das reicht. Wir nehmen... Hier haben wir dreimal, hier haben wir dreimal, das reicht vollkommen. Hier ist noch ne Kiste. Oh, verdammt. Slashet Zombies liegen. Komme! Oh mein Gott. Ich überleg' wirklich gerade... Wollen wir sie? Ach so, ich hab' keinen... Die Frage ist, wenn... Stahlknüppelstufe 6... Hey, den hat man ja schon so lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Es wär' schön, wenn du noch 3, 4 finden könntest, dass jeder ihn hat. Lässt sich einrichten. Was denn? Das ist schön. Stahlknüppel. Wir haben ja, glaub' ich, schon 8 Stück in der Kiste, also von daher. Ach so, Stahlknüppel. Ja, letztes Mal heute mal die Stahlsperre, jetzt haben wir die Stahlknüppel. Ja. Fliegt da. Ist auch weggefliegt, das ist so ein Mist. Ich muss halt irgendwas raustun. Ja, du dreckelichen. Dreckelichen, miesen, billichen. So, hier oben ist keiner mehr. Steroide, mein Gott. Gerade das, was ich nicht brauch. Ich hab' gehört auf, da macht die Krimsch-Kramsch-Kiste auch noch gleich mit leer. Gut, hier ist keiner mehr. Ja klar, mach's das so noch. Oh Gott, ein Screamer. Ja, wie wär's denn? Oh Gott. Ja. Du sagst es. Welche Krimsch-Kramsch-Kiste? Hallo. Hier ist irgendwo ein Hund letztens gewesen, aufpassen. Aha. Ich geh mal hier in die Türme hoch, hier ist nämlich auch immer ein Zombie. Oh mein Gott. Ich muss erst mal was essen. Das ist nicht, wie Krimsch-Kramsch-Kisten war, so gar nicht. Oben, die ist ja leer. Oh mein Gott. So viel. Das ist auch nur eine Eins, aber... Oh mein Gott. Oben hab ich die leer gemacht, weil wir sind ja jetzt gerade dabei am... Komm, da aus der Ecke raus, Junge. Komm, da aus der Ecke raus. Sag' ich mal, gibt's denn hier keinen Baum in der Nähe? Ah, da kommen ja auch nur Mord draufhauen, merk ich gerade. Danke. Ist raus. Alter, Vater. Alter, der ist schon echt krass hier, ey. Also bei so Sachen ist das Dings echt Gold wert, das Maschinengewehr. Danke für den Verbandskasten. Okay, da müssen wir eigentlich gucken. Blatsch! Oh, Moisch. Haha, einmal draufgehauen, der fliegt und ist futsch. Kamera, hast du vorhin so eigentlich wegen den Klamotten geguckt, die ich oben reingetan hatte? Ja. Okay. Ich bin doch schon mal rausgezogen. Ich bin doch schon mal rausgezogen. Weiß ich nicht. Ich hatte nicht gesehen, dass da was draußen war. Doch, doch. Bloß, dass die Drohne gefehlt hat. Ich habe da rausgezogen, wo meinen alten Krempel wieder reingepackt. Achso. Eisen. Klatsch! Ihr habt doch schon wieder ein bisschen umgeändert hier. Wo kommt denn jetzt die Magnum-Munition rein? Äh. Geht doch drauf. Ja, bei Magnum. Steht drauf. Ach, Schrott und Magnum. Ja. Schrott, nicht Schrott. Das ist eine Schrottflinte. Spritzplitzen. Du, ich schieß dir in deine scheiß Füße. Komm da runter. Ja. Echt so. Ich hoffe, Alter, Stufe 6-Quest sind lustig. Ja, die sind echt lustig. Ich habe noch nie eine Stufe 6-Quest gemacht, deswegen. Oh Gott. Okay. Oh, danke. Also, hol sehr, sehr viel Munition mit und etwas, was sehr viele Schüsse abgeben kann. Also entweder etwas richtig Wummssat oder viel Schuss. Ja. Weil sonst stirbst du hier. Ja, wir waren gerade, äh, oh, wie viel Zeit ist die Schätzungsweise, wo wir irgendwo gekommen sind? Ich bin jetzt schon fast beim zweiten Level ab schon. Ich habe eine Schrottflinte. Also, der automatische Schrottflinte ist hier. Mit 32 Schuss. Das ist aber auch, glaube ich, eine Sechser drinne. Ich habe eine gefunden. Alter, was seid ihr denn für ein Fein? Wo ist sie geflogen? Ist eine Sechser drinne? Püppi, Püppi, mach jetzt nicht den hier. Nee. Er hat zehn Mann draus, aber ich habe eine reingeschmissen. Automatische Schrottflinte, Schufe sind wir nicht dabei. Ich habe keine rausgenommen, ich hatte ja meine eigene. Ich habe eine reingeschmissen. In den Pumpgun. Vielleicht. Aber eine automatische Schrottflinte sehe ich hier nicht. Also, ich weiß, wo der krasse Loot hier ist. Da sind wir ja letztlich schon mal gewesen hier. Doch, doch, doch. Ich wollte gerade sagen, du bist du betrunken. Nein, die ist einfach in der falschen Kiste. Das ist an mir scheißegal, ihr habt die irgendwo in der Waffenkiste geschmissen. Ja, die eine ist Handwaffen und das andere ist... Muss mir wurscht. Hör auf zu meckern, sag danke und dann ist gut. Dankeschön. Mensch, immer diese Meckereien. Du kennst mich doch. Hihi, ich habe ihm die Hand abgeschlagen und er ist davon gefliegt. Boah, er hat ja richtig eingeliebelt. Wer tut denn diese Desert hier rein? Diese Desert, du willst schon. Sechser, nimm die nicht. Ich habe den Sechser. Ich schmeiß die alle rein. Haha, der Fettzack fliegt. Ich bin nochmal hinten bei dem Haupthof, ne, wo wir vorhin waren. Okay, ich kann hier noch leicht ruhig abbauen, du. Deswegen bin ich hierhin gerade gegangen. Hihi. Hetzack, du fliegst. Ach, da brauchen wir ja wieder extra Munition, da brauchen wir ja wieder weggnommen. Äh, Munitionsherstellung ist auch nicht mehr da, wo sie war. Äh, die Ecke ist gleich. Ich teile viel Herstellung hier. Ja, die heißt aber nicht mehr Munitionsherstellung. Äh, nicht mehr ganz, ne. Ich habe mich so an die Namen jetzt gewöhnt gehabt. Gaston, wer ist da? Warte mal, 5, 6, 15, 100, 80. Ja, jetzt ist es ein bisschen einfacher. Wir haben die zweiten Kisten, da war alles an Munition drin. Da hast du überhaupt keine Orientierung drin gehabt. Schuss, die Minute sind mehr. Ja. Wenn du Schild drauf guckst, sieht für mich Magnum und 9mm fast gleich aus. 4, 6, 4, 6, 4. Ja, gut, ja, das stimmt. Okay. Rot ist klar, erkennst du sofort, aber 7, 62er auch, aber dieses... Das sind halt die Munitionstypen, die ich nutze. Und halt Armbrust. Gerade noch für Sneaky, aber... Wir haben mich eingesperrt, komm nimm hier raus. Und bleib drin. Kann jemand von euch Schalldämpfer bauen? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, ach, die Polizisten. So, jetzt kannst du auch mal beim Händler gucken. Die ja da oben ist das welcher. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich kann es. Ich weiß es aber gerade nicht. Ich kann es. Warte mal, Schall... Also, ich kann es nicht. Ich kann es auch nicht, aber... Ich kann auch nicht. Wenn, dann ist es, glaube ich, im Bauplan dafür da. Glaube ich. Warte. Ein Bauplan... Nee. Ein Bauplan ist für vergrößerter Gewehrlauf. Mhm. Weil ich glaube, ich hatte einen Schalldämpferbauplan gesehen. Schrotprintendrosselmod oder Mündungsplamse. Okay. Du hast bestimmt die Schrotprintendrosselmod gesehen. Das sieht gut ähnlich aus. Könnte sein. Sieht ähnlich aus. Ich habe jetzt noch einen Bauplan reingehauen für... Oh, geil. Ja. Einer der geilsten Motz, die... Ja, ich nehme die einfach mit hier rein. Ich kann da aber auch mal gucken wegen Kleidung. Ich weiß halt nicht, wer das macht. So, was muss denn jetzt noch ausgeleert werden hier? Ja. So, so, Holz stecken? Alles was vor ist. Äh, Holz habe ich einstecken, ja. Wie viel? Die komplette Krimskrams bist du oder was? 39. Da ist ja eh extrem, aber da ist viel. Ja, na, da ist die Nachtsichtbrille. Weiß ich nicht, wo sie hinkommt. Ich kann 19, kann ich herstellen. Oh Gott. Der Riss. Warum tut man denn so cooles Zeug da rein? Du bist doch in 30 Meter in die Richtung. Dann komme ich zurück. Moment. Hier ist Anna. Jo. Ah, hier sind wir. Park die, Erklen. Anna. Warum tut man denn das ganze coole Zeug da rein? Braucht man das alles nicht? Warte mal, ich baue mich mal hier durch. Ich glaube, ich will... Ah, da oben ist nämlich noch, glaube ich, Anna. Diese beschwerte Kopfmode zählt als Waffenmode, ne? Ja. Ich glaube schon, ja. Ach so, ja. Ist ein Waffenmode, ja. Und, äh, Frage, Nachtsichtbrille? Meine Ahnung. Das will sich jetzt auch nicht. Hat die überhaupt einen Sinn? In 20 hat die auf jeden Fall nicht funktioniert. Warte, ich probiere es mal aus. Dann nehmen wir doch lieber das so, wenn wir da wirklich schön noch was kriegen. Äh, wie war denn das? F? Nee. N. Nee. Wie könnte man die... Keine Ahnung. ...deaktivieren? F vielleicht, wie Taschenlampe an oder so? Ansonsten keine Ahnung. Ja. Ja. Das Problem ist, sobald du eine Pistole mit Taschenlampe mit dem Motto hast, funktioniert die nicht. Na, klasse. Warte, du bist doch in... Ja, ich hab mich hochgebaut. Ah, ich guck mal grad, wo du, äh... Und da meine Schrotflinte, äh, Licht hat, macht er eher das Licht, als die, äh... Moment, wo er, äh... An einem schwarzen Bus. An einem schwar... Warte, ist hier der schwarze Bus? Ah ja, hier ist der schwarzer Bus. Aber hier gab's doch Klamotten. Ich würd's jetzt bei Klamotten mit oder Rüstung sein. Ah, doch, ja, okay. Dann baue ich mich ja immer hoch. Nee, Rüstung nicht. Ich mach's bei Kleidung mit rein. Hier drin seh ich die ganzen Kekse nämlich schon. Hier ist auch der krasse Scheiß. Glaub ich, hier seh ich die Kekse auch drin. Glaub ich, hier seh ich die Kekse auch drin.